Im ersten Video wurden die Exponate von Else Lasker-Schüler, Claire Goll, Hilde Dumin, Marsha Kalleko und Ingeborg Bachmann aus der Seele behandelt. In diesem zweiten Video sollen nun weitere Schriftstellerinnen und Denkerinnen vorgestellt werden. Diesmal geht es um bedeutende Frauen wie Hannah Arendt, Helen Hessel, Friederike Mayröcker, Sarah Kirsch und Judith Schalansky. Hannah Arendt ist eine der bedeutendsten politischen Denkerinnen des 20. Jahrhunderts. Sie wurde am 14. Oktober 1906 in Hannover geboren und emigrierte 1933 zunächst nach Paris, 1941 dann mit ihrem Mann nach New York. Bis sie 1957 die amerikanische Staatsbürgerschaft erhielt, war sie staatenlos. Arendt war Professorin an der Universität in Chicago und lehrte danach an der New School for Social Research in New York. Die 44-jährige Hannah Arendt schreibt ihre Gedanken seit Juni 1950 in Spiralblöcke, die sie selbst als Denktagebuch bezeichnet. Sie wird es bis 1973 tun, über tausendmal, immer nach Monaten und nicht nach Tagen datiert, auf Deutsch, Englisch, Französisch, Latein und Altgriechisch. Auf der hier gezeigten Seite eines ihrer Spiralblöcke folgt Hannah Arendt den Metaphern und der Wahrheit. Zu Beginn heißt es hier, in nichts offenbart sich die eigentümliche Vieldeutigkeit der Sprache, in der allein wir Wahrheit haben und sagen können, durch die allein wir aktiv Wahrheit aus der Welt schaffen können und die in ihrer notwendigen Abgeschliffenheit uns immer im Weg ist, die Wahrheit zu finden, deutlicher als in der Metapher. Am 11. April 1961 begann vor dem Mirosalemer Bezirksgericht das Gerichtsverfahren gegen den ehemaligen SS-Obersturmbahnführer Adolf Eichmann, in dem er für den millionenfachen Mord an Juden zur Verantwortung gezogen wird und in einem Glaskasten für alle sichtbar anwesend ist. Am 15. Dezember wird das Urteil gefällt werden, Tod durch den Strang. Schon zwei Tage nach Prozessbeginn sieht Hannah Arendt in einem Brief an ihren Lehrer und Freund Karl Jaspers die Eigentümlichkeit, die sie 1963 zum Gegenstand eines Buchs machen wird, Eichmann in Jerusalem, ein Bericht von der Banalität des Bösen. In dem Brief vom 13. April 1961 schreibt sie, Eichmann, kein Adler, eher ein Gespenst, das noch dazu schnupfen hat und gleichsam von Minute zu Minute in seinem Glaskasten an Substantialität verliert. Helen Hessel, geborene Helen Grund, wurde am 30. April 1886 in Berlin geboren. Sie war unter anderem eine deutsche Modejournalistin und mit dem deutschen Schriftsteller, Übersetzer und Lektor Franz Hessel verheiratet. Als Wladimir Nabokovs Roman 1958 in Amerika erscheint, ist er ein Skandal, denn Lolita ist minderjährig, ihr Liebhaber 40. Auf dem ausgestellten Blatt sehen wir Helen Hessels Übersetzung von Nabokovs Lolita von 1959. Der Name der weiblichen Romanfigur wird gleich in den ersten Sätzen des Buches zerlegt und ihrem Liebhaber in den Mund gelegt. Lolita, Licht meines Lebens, Feuer meiner Lenden, meine Sünde, meine Seele. Lolita, die Zungenspitze macht drei Sprünge den Gaumen hinab und tippt bei drei gegen die Zähne. Lolita. Die österreichische Schriftstellerin Friederike Mayröcker wurde am 20. Dezember 1924 in Wien geboren. Am 24. Oktober 1964 schreibt sie einen Brief an den deutschen Lyriker Johannes Bubrowski. Friederike Mayröcker arbeitet zu dieser Zeit in Wien noch als Lehrerin, als Johannes Bubrowski bittet, ihren Gedichtband Tod durch Musen zu lesen und ihm ein schmal zugeschnittenes Foto mitschickt, damit es sich besser redet, wie sie treffend hinzufügt. Die deutsche Schriftstellerin Sarah Kirsch kam am 16. April 1935 in Limlingerode zur Welt. Sarah Kirschs 1967 entstandenes Naturgedicht Schöner See Wasseraug wird 2012 in die Ciderom-Reihe des Schulbuchverlags Josef Rabe aufgenommen. Als Beispiel für das Thema Stimmenvielfalt Lyrik der DDR mit der Zielgruppe Gymnasien, Sekundarstufe 2. Doch was denkt eine Lyrikerin, wenn ihr Gedicht Schullektüre wird? Selbstironisch kommentiert sie dies am Ende ihres abgedruckten Gedichtes mit, die armen Kinder. 1982 schreibt Sarah Kirsch ihre Waldgedichte und Wildsunette in ein Schulheft mit passendem Einband. Es zeigt nämlich eine idyllische Waldszene. Als Sarah Kirsch, die 1982 47 Jahre alt ist und seit fünf Jahren im Westen lebt, 2013 stirbt, titelt die Frankfurter Rundschau zwischen Waldarbeit und Büchnerpreis und führt ein Zitat von ihr an. Eigentlich schreibe ich immer, ich bin ein Schädling von der vernichteten Papiermasse her und tue gut daran, in jedem Jahr mindestens zehn Bäume zu pflanzen. Ihr starkes Interesse an der Natur äußerte sich unter anderem darin, dass sie nach dem Abitur eine Forstarbeiterlehre begann, die sie aber bald abbrach. Von 1954 bis 1958 studierte sie Biologie in Halle an der Saale und erlangte den Titel einer Diplombiologin. Die Schriftstellerin Judith Schalansky, die in diesem Jahr ihren 40. Geburtstag feiert, wurde am 20. September 1980 in Greifswald geboren. Was finden Autoren, wenn man sie nach ihrem Zettelkasten fragt? Judith Schalansky hat 2012 ihre Spickzettel aus dem Biologieunterricht gefunden. Geschrieben, als sie 14 Jahre alt war, 1994, Klasse 9, gymnasiale Mittelstufe. Sie meint dazu, ach, hätte ich sie nur für die Giraffe verwendet, dann wäre ich jetzt fein raus. Mit der Giraffe ist der 2011 verschiedene Bildungsroman Der Hals der Giraffe gemeint. Die Hauptfigur Inge Lomark, 55-jährige Biologie- und Sportlehrerin, kämpft mit dem Älterwerden und ihrer 9. Klasse. Gegliedert ist der Roman wie ein Schulbuch. Naturhaushalte, Vererbungsvorgänge, Entwicklungslehre mit einem neuen Begriff auf allen zwei Seiten. Wer will, kann sich so auf jeder Seite verlieren, nicht nur in den Text, auch in den Begriff und das oft dazugestellte Bild. Die Poesie der Listen und Karten, der unbekannten Namen und merkwürdigen Begriffe ist auch eine, die man im Schulunterricht entdeckt, zum Beispiel aus Langeweile. Begriffe ist auch eine, die man im Schulunterricht entdeckt, zum Beispiel aus Langeweile. Vielen Dank.